Sehr geehrte Majestät, wir haben die Kanzlerin der Bund und der Republik Deutschland in unseren Händen. Benachrichtigen Sie M. Können Sie das übernehmen? Sollen Sie sich weigern, wenn wir zusätzlich ein Virus über Großbritannien freisetzen, der alle Ginvorräte in Apfelwein und alle Briten in Hessen verwandelt? Hier Ihre Order. Finden Sie das Hauptquartier von Spektren. Zerstören den Virus. Die Kanzlerin ist Nebensache. Mr. Bon? Ja? Lofeld. Dobrind? Oh! Wann haben wir denn bitte einen 0014? Ein tragisches Schicksal. Gebt doch mal ihr Ding her. Mit des die Pistole. Hessen war so schön. Jebzens ... Wenn ich